Radio Rondo Zauberdose und Lautsprecher in Tonvase. LTP 1950-51. Auch wenn die Zauberdose etwas an eine Urne erinnert, bringt sie sicher Leben ins Haus. Dieses außergewöhnliche Radio war in vielen Farbausführungen verfügbar. In zugeklapptem Zustand bereichert es als schmuckes Accessoire das heimische Mobiliar, ohne als technisches Gerät aufzufallen. Doch sobald man den Deckel lüftet, offenbart sich der eigentliche Zauber. Mit den dortigen Bedienelementen lässt sich das Radio starten. Der Lautsprecher erklingt am Boden der Vase. Für Sie aus dem Studio Oliver Kalkofer.